Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Geiles Wetter, geiles Auto. Ein Chrysler Plymouth Roadrunner, 1970 geboren. Ich werde ein bisschen was zu dem Auto erzählen, was wir gebaut haben, wieso, weshalb, warum. Aber in der Zeit nutzen wir das schöne Wetter und Carporn es bitte und los. Ich würde gerne ein bisschen mehr erzählen im Auto beim Fahren, nur ist das schon ein bisschen lauter und unsere Mikros nehmen das leider nicht so gut auf. Was können wir zu den Wagen sagen? Wie schon bereits erwähnt, Baujahr 70, also 52 Jahre alt, 6,2 Liter Hubraum von 0 auf 100 ungefähr 6 Sekunden, aber das ist nicht der Sinn der ganzen Sache das Auto immer unter Volllast zu fahren. Höchstgeschwindigkeit 220, 230, aber dann fährst du niemals so schnell, damit fährst du 120, 130. Hier geht es eher um den Charme der Optik, hier geht es einfach um diesen V8, um diesen Klang. Das ist alles, was hier entscheidend ist bei diesem Auto. Ja, das Auto ist von einem Kunden, der schon vorher bei uns Kunde war, der hat vorher eine Hellcat gefahren. Ich stelle ganz lieben Gruß an Jan. Der hat uns auch vorne, ich hoffe, ihr habt es gesehen, in 3D die Gorillas ausgedruckt. Mega geil. An dieser Stelle nochmal ganz lieben Gruß an dich und an deinem Papa. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, wir fahren jetzt am besten mal zum Spot, wo wir keinen stören, wo wir ein bisschen lauter sein können und zeigen euch mal, was diese Abgaslager kann, denn die ist einfach nur perwärs. Die ist wirklich nur krank. Der war ja letztens auf einer, auf einer Veranstaltung hier in NRW auf meiner, also bei meiner Tage auf dem Flugplatz und der hat wohl alles abgerissen dort. Kann ich auch verstehen. Optik einfach nur geil, Klang ist pornös laut, das ist schon krass. Aber es geht halt noch lauter, aber hier haben wir es halt so gewählt, dass es schon gerade an der Grenze ist. Kommt rein. Stopp. Bevor ihr weiter guckt, holt euch erstmal Taschentücher. Ihr werdet wissen warum. Was ne Karre, was ne Karre, Junge. da kriegst du eine knarre direkt in der buchse liebe menschheit ist das nicht geil ist das nicht einfach 100 prozent mann 50 jahre ja halt und immer noch wunderschön mann ja halt mal zu von 100 bis 70 wunderschön ein traum aber ganz ehrlich so muss auch sein so nicht anders